ich habe ein spiel zu hause so ein spiel wichtige aufgaben wichtig aufgabe reparieren meine tochter hat gesagt meine tochter hat gesagt aber muss reparieren warum ist reparieren morgen ja darf so der kollege beschwert sich hier dass du das an sein rad dran machst das kann sauer dass du das alles dran war ja du musstest du musstest ja das hat er sich heute erst gekauft den rahmen er noch empfindlich ist ein schönes was macht es hier du kannst noch die pumpe bewegen ich muss reparieren guck mal jetzt kannst du hat er extra frei gemacht du schaffst das man woher gucken diese wundervolle kamera nicht mehr funktioniert der wolfgang ist dabei er guckt kamera so was reparieren muss aber wenn meine kinder sagen muss reparieren muss ich reparieren ganz einfach so sieht aus stimmt hat alle kind sind hier sind alle durch funktioniert der auslöser funktioniert nicht mehr also problem ist ich muss reparieren meine tochter hat gesagt es ist ein magel der gummi ist gerissen auch meinen dicken gummi guten gummi ran der gummi ist gerissen sonst für den scheiß was hier da drum war oder wo ist ja hier drum ich muss diese meine tochter auftrag von meiner ich muss das ganz wichtig ich muss das reparieren er hat bald eine bewerbung bei glas hütter also nicht schokolade sind die wertvollen schrauben ich muss ein gummi holen man ich muss ein gummi ein rumpier ein rumpier kein rumpier auf der grunde kein rumpier auf der grunde was ist denn da aufgeräumt ein rumpier ein rumpier ein rumpier jetzt du schaust oh Gott vielen Dank guck mal mad volle morgendes badewetter nee ich hab alle keiner ich hab keine ich hab eine Miatinen Arbeit Moment hast du Lovel im Haus? woanders Ja, ich weiß nicht. Ich muss noch nach der Spätstraße. Spätstraße, wieder unten? Ja. Kiefholz, ne? Ne, weiter vor. Buschguck, ja. Buschguck, Blaschguck, Buschguck, da hier. Ein bisschen weiter westlich so. Vorne, ja. So ein kleiner Garten mitten in der Stadt ist schon ganz fein, ne? Wird schon so sein, wa? So, komm. 80 Wochen nach wie lange war. 80 was? Ich sag, 80 Wochen nach wie lange war. Ach, bis sich dieses Gelände in den Vestoren gefahren? In jüdischer Hand ist. Ja. Ja, da ist der jetzt schon wahrscheinlich. Ja, damit haben wir gesagt, bis 2020, 2021, also Bestandsschutz noch, ja. Wolle halt durch und das kann man aussitzen. Wie, was? Naja, er kann nicht aussitzen für sich. Aber die nachfolgende Generation noch nicht mehr. So, das stimmt. Na, die Stadt ist eh verloren hier. Es gibt Leute, die leben länger. Ja, weißt du, das ist ja so. Hä? Ich weiß nicht, wenn man überlegt, ich hab, ich sag ja nicht weg. Oder du darfst ja in Berlin, ich hab nicht mehr sagen. Überlegst du, das wird ja hier. Ich kann sagen in Berlin. Das stimmt, da hat er in gewisser Weise recht. Na. Wolfgang, du hast recht. Das wird ja hier alles, das, das wird ja alles kaputt gemacht. Ich hab gestern das Hörer gelesen heute früh. Ich wiss nicht, wie ich das machen soll. Der Flughafen Tegel, der wird ja 2020 raus. Tegel, wird ja nicht geschlossen? Der wird nicht geschlossen. Quatsch, Quatsch. Was ich sage? Quatsch. Bibi. Warnburg. Dieses Ding da draußen. 2020. Ja, ja, ja. Zwitshausen. Ich hab ja gesagt, Tegel. Äh. Warnburg. Ja, 2000. BER. 2019, 2020. Also, wie gesagt. Berliner Flughafen. Entschuldigung. Nö. Wolle. Nicht akzeptiert. Du bist ja informiert, du hast bestimmt jedes Jahr gelesen, wann sie wieder einen neuen Öffnungstermin bekannt gegeben haben. Stimmt. Da kannst du auch aufhören, ne? Müsst du fuchsig sein, aufhören das zu glauben. Jetzt werden die in fünf Jahren nicht eröffnen. Soll ich dir sagen, ich darfst du ja nicht mehr. Nee, darfst du ja auch nicht. Hast du ja gesagt. Kommst auf die Liste. Ah ja. Kamera auf jeden Fall. Wolfgang ist auf der Liste. Wenn ich schon mal sowas höre. Wolfgang ist einer, der was sagt. Den Müller. Ja, warte, was hab ich gesagt? Ja, ja, ja. Jetzt ist Ruhe. Wolle. Jetzt ist aus. Nee. Die holen dich heute gleich noch. Die holen dich heute gleich noch. Es ist früh, früher. Wenn du jetzt noch ein Wort sagst, Wolfgang. Ja, ich dachte ja nicht. Dann ist... Dann ist... Auslöser. Ja, ja. Ja, genau. Besser. Ruhe. Zündmechanismen. Ja. Wenn's dann losgeht. Ja, wenn's dann losgeht. Wolfgang. Du brauchst dir nur mich fragen. Ich spreng sie alle weg. Nee, nee. Du musst ja nicht. Das war nicht von dir. Nee, nee. So ist das. Ich sage ja wohl. So ist das aber auch. So ist das aber auch. So ist das halt. So ist das halt. Wolfgang bestätigt immer alles. Wolfgang, ich spreng sie alle weg. Ja, ja. So ist das aber auch. Wolfgang wusste nicht als Zeuge der Anlage. Das ist das immer. Ich hab ja einer gesagt. Ja, da hat er an rechts ja nicht gedacht. Und dass man ja auch ein bisschen Gleichgewicht schaffen muss. Ja. 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 Yin und Yang. Nichts Siegen. Und mit Ding. Nichts Siegen mit Ding. Nichts Siegen mit Ding. Wo ist wo Yang? Pro und Contra. Chin, Chin, Cheong, Cheong. Ich hab ja nicht schlecht wo ich vergeben. Chin, Cheong, Cheong. Chin, Cheong, genau. Äh, Pocke und Mon. Nix ohne. Achtung. Ach, da hab ich sie. Very nice. Very nice. Look fantastic. Again? Wie war's am Wasser? Westlich. Westlich. Das ist aber eine Sache, die habe ich mir schon gedacht. Ja, aber nicht nur von unten, sondern auch von oben. Das war das, was ich meine. So.